Jetzt haben wir jetzt den E-Miner Chord. So, ich drücke E-Miner. E-Miner. Jetzt drückt sie E-Miner. Ja, noch einmal. Jetzt soll ich suchen den Namen von den Chords. E-Miner. 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 So, von den E-Miner haben wir uns schon gehört. Jetzt gehen wir reden von den E-Miner. Bei E-Miner gehen wir den Schnitzen auch zwei Nöten von den zweiten Fret. Mit den selben zwei Fingers. So, den Mittelfinger geht man legen auf String Nummer 4, auf der D-String. Und den Ringfinger geht man legen auf String Nummer 3, which is the G-String. Den Nöten von den dritten Finger, wenn du das da draufdrecken, hat D-Sound. In der Nöten von der vierten String, wenn du das da draufdrecken, hat D-Sound. But, jetzt gehen wir mit den aramischen noch einen Finger. Früher haben wir mit den Schnitzen auch zwei Fingers. Für den E-Miner können wir mit den Index noch draufdrecken, der Index. Der Index Finger darf um den D-Sound. Zusammenhört sich das. Du kommst aber dann noch eine Sache. A du strömt mich schon nicht drauf, die ganzen sechs Strings. Man darf unheiden von der zweiten String im Alter. Dies ist schon ein bisschen schwerer, sich zu gewinnen. Es kann sein, dass du den ersten Pummel, dass du darf nach Rup-Kicken und Schuhe machen, an die Hive-Stacken nicht ohne für den Umfang. Aber das ist eine Sache, dass man sich zu gewinnen. Und mit der Zeit geschieht das schon geringer. Man fühlt das für sich allein. Also der Pummel findet sich nur auf der zweiten String, nicht auf der ersten. Jetzt haben wir den, wieso ist der Sound all-together. Nur fünf Strings jetzt, nicht nur sechs. Okay, und dann habe ich euch auch früher gesagt. Es kann sein ein bisschen schwerer Umfang. Der Finger kann ein weit hin. Es ist eine neue Position, sie wird es noch kein Mensch ganz sicher gewohnt. Umfang steht das zwei, aber es darf nicht weiterziehen, verheblich. Wie mehr der Rest ist hin, als schneller wird es aufhören weiterziehen. Wie mehr der Rest ist hin, als schneller wird es aufhören.